Hallo Leute Heute erstes Sponsorvideo und zwar sponsore ich The Fantastic Fingers also Hendrik ich werde also ich sponsore ihm mein Konkret zu meinen Rams ja die Rams andere muss ich noch bauen das andere was ich noch extra zuschneiden sollte das habe ich glaube schon aber als erstes schicke ich dir dieses Manualpad das sieht so aus, habe ich zugeschnitten sieht so aus ja ich glaube 20 x 20 cm und ja es gefällt mir selber ich habe es nie ausprobiert aber ich finde es sieht gut aus Höhe ca. 2 cm das sieht so aus ich hoffe es gefällt dir ich schicke mich in den nächsten Tagen los oder heute oder morgen oder heute oder morgen ich komme mit einem Tiefreiten so in den nächsten Tagen los hier an der Seite und ich finde da ist kein Quietschen aber ich meine hier haben es weder so Quietschen ab und zu oder so aber hier das ist wirklich ich finde es hört sich auch gut an sieht gut aus und also Standardobstacle das du sag ich mal mit anderen Obstacles kombinieren kannst sag ich mal eine Rail drauf stellen oder so sowas ne na sowas sowas hier das du halt halt kombinieren kannst ne ähm ja ich hoffe es gefällt dir ja schicke ich deinen morgen los ne und hau rein ja ja